Hallo Lieben, ich bin Sam Schemeyer, Pater, Beziehungscoach und so weiter und so weiter. Genau, meine Arbeit findest du auf libysche.de, insbesondere die Datingkurse speziell für Männer für Frauen spreche ich hier nochmal an und meine Adventskurse, sehr feine Geschichten. Ja, ihr habt es gewollt, ich hatte ja so ein Video gemacht, verlinke ich hier nochmal die 19 Zeichen, dass eine Frau auf dich steht und heute machen wir die drei Zeichen, dass ein Mann auf dich steht. Überraschung. Und zwar, was sind die drei Zeichen, dass ein Mann auf dich steht? Erstes Zeichen, er sagt, dass er auf dich steht. Also, das ist halt anders als bei Frauen und bei Männern, das ist ja meine ganze leere Theorie, Praxis, wie auch immer, dass man vom Mann was anderes erwarten kann, weil wenn er, wir wollen jetzt nicht wieder über, wenn Männer in der weiblichen Polarität sind, das lassen wir mal wieder außen vor, aber wenn ein Mann in der männlichen Polarität ist, dann kann man von ihm erwarten, zur männlichen Polarität gehört, den ersten Schritt zu machen, mutig zu sein, die Schnauze aufzukriegen und zu sagen, dass er dich gut findet. Und nicht eben das durch Zeichen, was er so in der weiblichen Polarität ist, durch Zeichen, ähm, ja, also, ja, wie jetzt nicht sagen, typisch weiblicher, typisch weibliche Polarität, ähm, in Orbit schmeißen, was ich in einem anderen Video gesagt habe, sondern der Mann soll dir das gefälligst sagen und, ähm, ja, und eben nicht damit hinterm Berg halten. Zweite Zeichen, er spricht dich an, also, wenn, also egal wo, ob das auf einer Party ist, ähm, an der U-Bahn, an der Tiefkulteke, ähm, was weiß ich, er hält an, während du, äh, was weiß ich, während du da stehst und, äh, redest mit deiner Freundin und, äh, whatever. Er spricht dich an, kann es davon ausgehen, ähm, ja, er ist an dir interessiert und mehr als auch nur romantisch, weil für Männer, ähm, trennen das ja in der Regel nicht so, wenn ein Mann, äh, eine Frau gut findet, ob das jetzt nur sexuell ist oder freundschaftlich, äh, ja, wird er in aller Regel auch mit dir schlafen wollen, sag ich mal, also, ich glaube, für Männer sind so Unterschiede deutlich kleiner, sag ich mal, so, ne, ähm, ja, also irgendeine Form von ansprechen, kannst davon ausgehen, er steht auf dich. Drittes Zeichen, äh, er fragt dich auf ein Date, also, das sind eigentlich Varianten der ersten beiden, aber das ist jetzt für den Fall, dass jemand dich schon, äh, lange kennt und, ähm, vielleicht das auf ein neues Level heben möchte, eure Bekanntschaft und dann sagt, was hältst du denn davon, wenn wir mal auf ein Date gehen? Das war's im Grunde genommen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber was, wenn der Mann mich gut findet und macht diese drei Sachen nicht, dann sollte der für euch uninteressant sein, weil dann ist er nicht ein, handelt er nicht aus seiner Polarität und es kommt eh nur missbar aus. Also entweder, ähm, ja, wird er für euch schnell langweilig, es gibt ruckzuck keine sexuelle Chemie mehr, ihr arbeitet an ihm, euch an ihm ab, also ihr versucht ihn dann, äh, denkt, hm, vielleicht, jetzt hat er mich zwei Sekunden angeguckt, vielleicht findet er mich ja gut, dann macht ihr die ganzen Schritte, die eigentlich der Mann machen soll, dann seid ihr automatisch in so einer unterliegenden Position als Frauen, äh, dann heißt es irgendwann, hm, ist er bindungsängstlich, äh, ist er ein Player, will er mich nicht richtig, obwohl er einfach einen Mann gedatet hat, der eben diese Schritte nicht gemacht hat, aber es ist in dem Moment dann auch egal, ob er kein Interesse hat oder ob er nicht in seiner Polarität ist, es kommt immer das Gleiche bei raus, dass einfach nur Mucks bei rauskommt, so, ne, und deswegen will ich euch gar nicht animieren, äh, einen Mann versuchen zu daten, der all die Sachen nicht macht, ne, weil dann müsst ihr den, ähm, zu Markte tragen, sag ich mal, was die meisten Frauen nicht wollen und, äh, oder sie wollen es vielleicht dann verlieren, relativ schnell das Interesse daran, weil ein Mann, der nicht in seiner Polarität ist, ist eben, äh, sexuell uninteressant auf die Dauer und, äh, das ist, was es ist, ne, kann man nichts machen, ähm, ich hab die Regel nicht gemacht hier und, äh, insofern ist es eigentlich eine einfache Kiste, so, ich, äh, würde auch mal sagen, ich hätte auch mal Aline gefragt, ähm, wie sieht das hier, die meint, das ist doch einfach, wenn ein Mann auf einen steht, ja, ich glaube auch, ist für die meisten Frauen einfach, einfach, ich glaube, die meisten Frauen haben eigentlich eine andere Frage, die haben eigentlich die Frage, wie finde ich raus, ob ein Mann, äh, nicht nur an mir erotisches Interesse hat, sondern ob der mehr will auf die Dauer, was aber ein anderes Video wäre, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr mir gerne nochmal hier reinschreiben, ansonsten, äh, macht die fucking Datingkurse, da ist, äh, fast alles drin, oder ist alles drin, was ich jetzt sozusagen hab und, ähm, ich weiß, das ist immer schön, umsonst Content zu konsumieren und, äh, manche schreiben mich auch immer so an, also wenn ich dann mal irgendwas nicht gemacht hab, wieso machst du das nicht, als wenn es so ein Anrecht gäbe, auch umsonst Content gibt's nicht, aber ich mach's sehr gerne, ich verdiene auch, ähm, mit diesen Videos praktisch, also, ist auch egal, also, ich bin jetzt nicht so ein YouTuber, der davon leben kann, dass er, äh, nur Videos produziert, deswegen, äh, ist natürlich noch viel mehr drin in den Kursen, ist ja logisch, und, ähm, ja, das kann eben so ein Video irgendwo auch nicht ersetzen. In diesem Sinne, macht, was ihr wollt, äh, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass ihr viel Erfolg habt beim Daten, jetzt haben wir ja wieder Corona, ansonsten würde ich sagen, geht raus, äh, wirklich geht, geht ins echte Leben, geht weg von der, äh, von diesem, vom Handy und vom Swipen und was weiß ich, ähm, aber, naja, ist grad natürlich wieder schwierig, 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 äh, wir hatten ja diesen Ansatz hier mit Soulmatching, aber, ähm, hat ja nicht funktioniert, und da wird auch vorerst nichts nachkommen, wenn du an Dating, also, wenn du Liebe Schipler daten möchtest, da packe ich nochmal einen Link hier unten drunter, äh, wie du das machen kannst, und, in diesem Sinne, auch so eine ganz analoge Art, mehr oder weniger, nehmen wir uns mal wiedersehen, würde ich sagen. Tschau ihr Lieben.